Wir sitzen jetzt im Flughafen und eine wunderbare Reise geht zu Ende. Und bis wir ins Flugzeug dürfen, trinken wir noch einen Kaffee. Und wir freuen uns auch wieder auf zu Hause. Ja, es war alles so schön, aber für jeden, der nicht dabei sein konnte, gibt es im Web ein Video-Tagebuch, ein Fototagebuch, wo man einfach reinschauen kann und das Ganze miterleben und nächstes Mal mit in Israel zu sein. Alles Gute! Alles Gute und bis bald!